Ja, herzlich willkommen. Ja, heute in vier Monaten ist Heiligabend. Und schuwuppdiwupp, drei Viertel des Jahres ist schon um. Und ich hoffe, du hast wirklich von diesem Jahr schon viel, viel genossen und hast viele Dinge erhalten, wofür du wirklich dankbar sein kannst. Und sagen kannst, ja, 2023, das war so schön, da war das und das und das und das. Und wenn du jetzt stockst, dann ist das normal, weil wir ja eben hier oben meist immer nur die Katastrophen und all die schlechten Dinge abgespeichert haben. Und wir müssen ein bisschen genauer nachforschen. Und dann stellen wir fest, ja, doch, auch in unserem Kopf sind auch die guten Sachen irgendwo abgespeichert. Aber die sind so ein bisschen weiter versteckt, nicht so fortgreifbar. Denn der Körper sagt, wir müssen ja die schlechten Dinge, die müssen wir als Beispiel haben, damit, wenn nochmal sowas passiert, dass wir besser reagieren können. Wow, was für eine tolle, tolle Einrichtung. Und auf der anderen Seite nicht so eine schöne Einrichtung, weil dann haben wir die ganzen schönen Sachen gar nicht mehr so präsent. Vielleicht hattest du jetzt schon in diesem Jahr irgendwann deinen Geburtstag. Hast du ihn feiern können? Hast du schon ein paar wunderschöne Tage erleben können? Sei es, dass du den Sonnenschein genossen hast. Sei es, dass du irgendwo in Urlaub gewesen bist. Hm. Vielleicht sagst du sogar, oh, ich brauche eigentlich gar keine Geschenke mehr. Ich habe all meine Geschenke schon bekommen. Und da bin ich dankbar für. Für mich könnte eigentlich jetzt schon das Jahr vorbei sein, weil es doch so schön war. Konzentrier dich doch einmal heute auf die schönen Geschenke, die du dieses Leben, dieses Jahr schon für dich erhalten hast. Ich würde mich freuen, von dir ein paar Kommentare zu bekommen. Und du sagst mir, ah, Mensch, das war klasse. Ah, ja. Hm. Für mich sind im bleibenden Eindruck auf jeden Fall auch die kleinen Momente gewesen. Nämlich, ja, viele schöne, warme Tage, wo ich rausgehen konnte, in den Feldern spazieren und dort auch mein T-Shirt ausziehen konnte, um, ja, die ganze Wärme für den Körper aufzunehmen, sodass die Haut viel mehr Platz hatte, wo die Sonne dran kam. Ah, das war herrlich. Ja, und ich war dieses Jahr auch mit meiner Nachbarin in Malaga für ein paar Tage. Und auch das war wunder, wunderschön. Und so wirst du auch Dinge, denke ich mal, haben, wo du dann nach ein bisschen Nachforschen noch mal dich erinnern kannst, oder? Wenn du sagst, du hast überhaupt keine schönen Momente gehabt, das wäre wirklich sehr, sehr schade. Lass uns gemeinsam einmal danach schauen, dass wir gemeinsam im Zweiergespräch mal nachforschen, ob du nicht doch schöne Momente in deinem Leben jetzt in diesem Jahr erlebt hast. Ich danke dir und, ja, ich freue mich auf Weihnachten, weil für die meisten Menschen ist das dann doch etwas, ja, wo sie ihre Freude, ihre Liebe dann auch zum Ausdruck bringen. Bis dahin alles, alles Gute. Wünscht euch Santa Trio Crio.